Er ist Velofahrer, also rot. Monsieur, stopp, stopp, stopp. Grüezi wohl. Wir sind von Velotalent of Switzerland. Sein guten Mann hat sich gerade qualifiziert zum Mitmachen bei unserer Castingshow. Jawohl! Haben Sie auf diesen Kinderfahrzeugen keine Freisprechanlage? Wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Im Kreisel. Handy auf dem Velo, no go. Du musst jetzt nicht heikel tun, gell, Valti? Ein Velo hat einfach auf einem Kreisel nichts zu suchen. Und zwar, warum? Weil er behindert einfach den Autofahrer. Ich meine, es zückt das Handy, ist einfach immer gut als Velofahrer. Dann kannst du schnell die Autonummer füllen und euch schicken. Eine Akta-Teste am Lenker, verboten. Im Kreisel unbedingt in der Mitte fahren. Handzeichen geben, unbedingt wichtig. Sie hat geschaut. Ihr macht alles richtig, gell. Super gemacht, du. Sorry, geil, dass wir dich aufhalten. Voll, wenn du über den Kreisel raus bist, du. Mit dieser Geschwindigkeit in der Kreislinie fahren, das ist höchst problematisch und gefährlich. Nein, nein, das ist gut. Sie haben gesehen, dass auch Sie das Vortrittsrecht im Auto abgeschnitten haben. Und der Velofahrer ist immer schwächer im Kreisel. Für Sie hat ganz klar eine natürliche, dominante Halte. Das muss man als Velofahrer in diesem Dschungel haben. Gerade als Frau. Sie hat den Blick gehabt. Du hast ihn mit den Augen geschaut. Hör mal, den Krümpel, den du hier abführst, den nehmen wir dann mit in meinem Stingray. Du musst doch nicht mehr mit dem Schiessfelo rumfahren. Weisst du, was ich meine, gell? Das ist geil, der Beach Cruiser. Was für einen Beach Cruiser? Ich wundere mich, was du für ein Sound hörst. Geile Wadli. Ich weiss, weil ich Spanien oder Gengiskan oder Valos ist für ein Sound. I don't know. Kannst du übersetzen? Was willst du mir sagen? Ich verstehe keinen Wort. Ich finde, wenn jemand in der Schweiz Velofahrt fährt, soll er zuerst einmal Deutsch lernen. Oder? Ich habe ja auch müssen. Ich bin ja auch von Weinfelden. Und wo ich jetzt die Schwammendinge auch Deutsch lernen musste. Der Helm gehört eigentlich auf einen Kopf. Ich sing so Helm, dann an sie hat. Oder Italienisch. Das ist nicht der Mache, der Gackermann. Das ist eigentlich nicht auf ... Don't like your headphones. Ja, schau mal, was die machen. Das ist eine Katastrophe. Dann nehmen die schnellsten. Hallo, da durch. Genau. Eben einander fahren auf einem Kreisel geht nicht. Das ist eine einzige Behinderung für uns Autofahrer. Aber ihr seid ja Wanderer, oder? Ihr habt Rucksack gehabt. Darf ich auch mal etwas sagen, vielleicht? Ruhe! Ich meine, schau dir mal an. Die sehen einfach verschissen aus mit dem Helm. Es ist so, dass man nicht nebeneinander fahren darf. Immer noch Kreisel oder sonst auf der Strasse. Und das zweite ist, man muss Handzeichen geben, wenn man den Kreisel verlässt. Und nehmen doch einfach ein Tandem. Da kannst du deine Alte hinten drauf nehmen, gell? Weisst du, was ich meine? Kaffee auf dem Velo geht nicht. Wenn sie verschütten, zack, hat das Auto vor ihrem Gesicht oder einer mit einem Tacho? Obwohl, bei ihm wäre es jetzt nicht so schlecht. Alles, was recht ist, aber fortal, lasse ich mir jetzt einfach nicht alles sagen. Also Herr Hasler, das können wir aber klempen nicht, oder? Ich muss Ihnen sagen, den müssen Sie zwingend in der Mitte fahren vom Kreisel, damit sie das Auto nicht überholen kann und Ihnen den Weg abschneiden kann. Moment! Der ist so gut, dem sollte man ein Auto geben. Ist ja ein wenig zugeknöpft, gell? Aber du machst das gut! Danke! Vortritt beachtet, mitten im Kreisel gefahren, das ist wichtig. Und dann auch ein sauberes Handzeichen gegeben im Verlauf des Kreisels. Halleluja! 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 Hervorragend! Alles richtig gemacht! Aber langweilig! Du überlebst nicht im Verkehr! Danke! Du musst ein wenig! Wir stimmen ab. Wenn man rot drückt, darf der Velofahren nicht weiterfahren. Wenn man grün drückt, darf er weiterfahren. Klares Grün für Sie! Halleluja! Langweilig!